hallo und willkommen zu dieser partie spielort heute das start municipal die war persönlich kommt kommt jetzt die flanke stark verteidigt jede menge platz auf dem flügel jetzt gefährlich könnte die führung werden die fans die wissen da war viel glück dabei sie der schuss schwacher abschluss überhaupt nicht gefährlich so licht so paco alcazar sie verlieren den ball so platz für die flanke und jetzt die chance frühestor das wird interessant hier ein super tor muss ich den ball erst mal erwischen und damit haben wir den ersten treffer jetzt könnte das spiel richtig fahrt aufnehmen lukas perez das können die gelegenheit geben ein richtiger knackenschlag zwei tore in so kurzer zeit spielstand 2 0 tolles zähne hier der ball der spielte mit der hake weiter aber das können was werden nicht ungefährlich kein guter abschlag jetzt müssen wir aufpassen da muss er gar nicht viel druck hinter dem ball geben der abschluss passt auch so das war natürlich nicht gut weiter selbst der klassische torwart fehler daraus resultiert der treffer das sieht man auch nicht alle tage so ein eindeutiges spiel sie haben wirklich alles im griff super aktion das ist die baller und widerstehlich die mir bei parkour kasse ja mit viel über sich ganze geschichte beide gehen zum ball und dann hat der keeper auch ein wenig glück dass das gut geht und jetzt sollen die spieler früh auf den ball führenden drauf gehen könnte gefährlich werden wenn sie hoch steht einmal nicht aufgepasst da kommt der konnte jayden sancho balleroberung ja da sieht man die übersicht dieses spielverständnis jetzt vielleicht da rollt der ball ja nur den nimmt sich der torhüter ganz locker da müssen sie aufpassen jetzt klasse wie er das macht holt sich den ball jetzt vielleicht der vorstoß aber außen klasse pass jayden sancho das sah gefährlicher aus aber der ball ist erst mal weg abgefangen von van deyck jayden sancho kommt jetzt der ball in den straffraum entschlossen geklärt auf außen ist platz ich glaube für diese aktion sieht er gelb hartes einsteigen hier gibt es zu recht gelb gute entscheidung zum schiedsrichter naja die werden den ball scharf reinbringen und wir gucken was sie draus machen und jetzt die chance der geht nicht rein jetzt vielleicht schön befreit das war eine vielversprechende aktion super pass dem hierbei weil erst mal aus der gefahrenzone er versucht mit dem korps aber der ball geht vorbei schade das war ein richtig guter schutz gegestein toller pass und da hat jetzt das tor damit setzen sie hier noch ein droht auf alles im grüch ganz souveräner auftritt heute sie liegen deutlich vorn ballverlust van deyck ist zur stelle jetzt wollen sie mehr druck entwickeln und die gegnerischen spieler früh stören das kann funktionieren wenn alle mitmachen durch pressing ballverluste erzwingen und dann eiskalt zuschlagen muss ein wurf geben van deyck jetzt der ballverlust konnte nicht so morgen weghorst jetzt vielleicht fast aber auch nur fast geht er rein guter schuss dem hierbei war und weghorst schöne aktion ohne große mühe gehalten ja da müssen sie mehr draus machen das war eine richtig gute chance und jetzt die chance gehalten aber der ball weiter im spiel wenn es jetzt schnell geht da wird es gefährlich klasse pass sieht gefährlich aus und das ist der ballverlust klasse geklärt der zweit muss ein wurf geben egestein seine zuspiele sind heute sehr genau halstenberg ja kinder mit dem befreiungsschlag zwei minuten bekommen wir hier nachspielzeiten jede menge platz auf dem flügel schuss der schuss war nicht gut kein problem für die fans sind sauer mit dem spielstand hätte man zur pause wohl nicht gerechnet bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal die zweite hälfte läuft und sie gehen mit einer beruhigenden führung in die zweiten 45 minuten alexander chinschenko mit dem täglichen holt er sich den ball da packt ein trick aus klasse mit viel auge holt sich da die ball klasse warum um himmels willen geht er so ein risiko er sollte den ball lieber abspielen ja mit viel übersicht ja guter pass an die latte das gestänge ist im weg sonst wäre es das tor gewesen das wird sie ärgern fällt das tor doch noch tor durch ein kasser er ist einfach ein überragender spieler und hier hat man es wieder gesehen neuer spielstand jetzt also 4 1 rahmen da haben sie jetzt platz jetzt ist gefährlich da können sie klären kann er was draus machen klasse von hummels nun war es mal hasard nun paco alcazar egestein da verlieren sie den ball geht gut dazwischen weg ist der ball halbe stunde noch dann ist das spiel vorbei jetzt können sie vielleicht kontern ja sie versuchen zweiter der ball auf der rallye das war jetzt auch mal eine gute szene vom zoller ja aber leider einer der wenigen bisher heute das ist nicht sein bestes spiel maximilian egestein sie verlieren den ball der ballverlust der ballverlust hasard super dieses zuspiel gute möglichkeit aber abgepfiffen die fahne ist oben da haben sie den ball gut gemacht klasse zuspiel flanke jetzt wichtiger befreiungsschlag jetzt ist platz für den konter jetzt der ballverlust klasse pass maximilian egestein das kann hummels blocken ganz stark abgeblockt wieder einmal er ist heute hellwach paco am ball noch sind hier 20 minuten zu absolvieren gute aktion das können was werden das ist der treffer der gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute sie überzeugen auf ganzer linie fängt diesen ball ab zu lang da kommt der pass das sieht gefährlich aus da ist jetzt alles frei tor durch alcasa so kennen wir ihn das kannst du einfach nicht verhindern und jetzt haben wir hier noch einen treffer mittlerweile steht es 5 zu 2 jetzt vielleicht und da hat es das tor sie bekommen ihn nicht in den griff heute das war der dritte streich eine rassige partie viele tore viele torraum szenen unglaublich gut zu gucken klasse vom verteidiger block die flanke ab gestoppt von der lehrling flanke geht rüber an den langen fosten schosse lebt noch den hat er und damit ist die gefahr erstmal bereinigt aber davor die parade die war natürlich sensationell ja mit viel übersicht vielleicht der anschlusstreffer und in ist er geht hier nochmals es wird eng kommen fast ein bisschen später aber die hoffnung sie ist wieder da ein unfassbar offensiv geführtes spiel bis hierhin beide teams treffen könnte der ausgleich sein da ist er dringend ein tolles tor wahnsinn die waren schon weg vom fetzler vier tore rückstand und jetzt haben wir den ausgleich die spielen hier beide mit offenem visier und dann ist der spielstand auch keine überraschung mehr ja sieht durchaus vielversprechend aus guter pass was für eine parade und das aus dieser distanz ich glaube das wäre es gewesen wahnsinn die ecke kommt rein weiter diese szene immer noch gefahr Der wäre gut. Chance zur Führung. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Pass auf außen. Ja, geht gut dazwischen. Sebastian Aller. Gefährlich. Paco Alcacer. Schöne Aktion vom Torhüter. Er hält sein Team im Rennen. Zumindest der eine Punkt scheint ihm jetzt so gut wie sicher. Schönes Zuspiel hier. Oh, da bin ich mir nicht sicher. Da hätte man auch weiterlaufen lassen können. Halstenberg. Hummels. Wir bekommen noch mehr zu sehen. Das Spiel geht in die Verlängerung. Jetzt gibt es hier die Zugabe. Die Verlängerung hat begonnen. Und das ist der Ballverlust. Guter Einsatz. Das war wichtig. Jetzt der Ballverlust. Könnte in Konter geben. Da kommt der Pass. Etwas später. Und er ist frei durch. Aber so ist es abseits. Dani Da Costa. Und damit erst mal keine Gefahr. Geklärt vom Torwart. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Sebastian Aller. Keine Schwierigkeit hier. Ganz problemlos gehalten. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Viel mit Auge. Jetzt vielleicht. Und jetzt haben sie die große Chance zur Führung aus Elfmetern. Das könnte eine entscheidende Szene dieses Spiels gewesen sein. Keine Frage. Das ist ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Muschi. Strafstoß natürlich die richtige Entscheidung. Aber keine Karte zu zeigen. Also da liegt er daneben. Nein. Nicht das Tor bei diesem Strafstoß. Und nun Patrick Vieira. Hazard. Ja, klasse. Ball sah vielversprechend aus. Toll abgefangen. Viel Zeit ist nicht mehr für den Sieg. Aber die Fans hoffen weiter. Jadon Sancho. Maximilian Eggestein. Und da verlieren sie den Ball. Abgefangen von Van Dijk. Das war der erste Durchgang. Eine Hälfte haben wir noch in der Verlängerung. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Weiter geht's, die zweite Hälfte der Verlängerung läuft. Er scheint nicht abspielen zu wollen, läuft weiter mit dem Ball. Er gibt Freistoß, klar. Van Dijk. Schön dazwischen gegangen. Egerstein. Jadon Sancho. Dele. Jadon Sancho. Stark verteidigt. Perisic. Sebastian Alley. Quaresma. Weg ist der Ball. Auf außen ist jetzt Platz. Jetzt kann er flanken. Vielleicht der Ausgleich. Klasse gemacht. Nicht der Ausgleich. Aber da müssen sie mehr raus machen. Diese Chance haben sie fast verschenkt. Und sieben Minuten sind es hier noch. Jetzt der Ballverlust. Kein Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt ausnutzen. Gute Aktion von Hummels. Dele. Hazard. Und kurz vor Ende hier nochmal eine wichtige Aktion vom Keeper. Ach, auf jeden Fall, Wolf. Damit könnte er hier den Sieg für sie festgehalten haben. Wird das seine Torchance? Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. Drei Minuten noch. Dann ist auch die Verlängerung rum. Dele. Jetzt eine gute Flanke. Jadon Sancho. Nochmal Eckball. Jetzt oder nie. Das ist vielleicht die letzte Chance des Spiels. Erster Vorteil. Aber der ist dann keiner mehr. Und jetzt gibt es hier doch noch die Verwarnung. Alle. Das ist noch gefährlich. Jetzt ist es gefährlich. Schön geklärter von Mats Hummels. Vielleicht die letzte Chance hier noch den Ausgleich zu erzielen. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Der Ballverlust. Abpfiff und Schluss. Das war... Lukas Pérez. Das könnte die... Was? Bis zum nächsten Mal.